Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Shelter, beziehungsweise herzlich willkommen zur allerersten Folge. Ich muss sagen, ich bin ernsthaft, ich hätte niemals mit so viel anderen gerechnet. Also ich wusste, dass Zero immer so viel bekommt, aber ich dachte auch nicht, dass ihr euch bei mir auch meldet. Danke dafür. Ich habe natürlich eine riesengroße Liste gemacht mit allen Kommentaren, habe sie ausgewertet. Wollte das eigentlich hier heimlich machen, also wollte eigentlich alle benennen und dann einsteigen. Habe dann aber gesehen, so beim Benennen mit diesem Hin- und Herswitchen, dass ich benenne, in der Zeit eigentlich schon weiterspiele, Level hier und da. Also, habe ich mir gedacht, ja, abgesehen davon kommen halt auch in der Zeit immer wieder neue Bewohner, also eigentlich lohnt sich das nicht. Das heißt, einen habe ich schon festgelegt, Deni XD. Ich habe ehrlich gesagt fast das XD gar nicht mitgenommen, weil ich erst dachte, das wäre ein Smiley oder so. Zum Glück war der Unterstrich da. So, dann würde ich sagen, ich mache erst die Ödländer fertig, damit die nämlich schon mal weg können, damit die alle schon mal draußen laufen können. Und einen von denen, ich werde immer durchwechseln, einer wird hier immer die Wort bewachen. Immer so zwischendurch. Ja, und dann werden wir gucken. So, Ödländerin Nummer 1, ähm, ist natürlich, ähm, ja gut, aber ich glaube, euch ist es egal, ob ihr Männlein oder Weiblein seid, gehe ich mal von aus. Hauptsache, ihr seid im Spiel. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. So, ich werde die Liste allerdings nicht reinholen, ich werde das so auf meinem zweiten Screen machen. Und ich kann vor allem nicht F9 drücken. Ich sollte auf gar keinen Fall F9 drücken, das wäre blöd. Gut, so, dann haben wir... Da war das Feld für Neuberechnung Nummer 16. So, und zwar, die liebe Christine wird nun Mala heißen. Ja, herzlichen Glück dafür, also herzlichen Glückwunsch dafür, Mala. Und ja, genau, ihr seht es schon, in der Zeit, wie ich mich austobe, ist hier alles wunderschön. So, sie ist hier, du hast leider gar keine Stärke. Das heißt, wir werden uns erstmal den nächsten Ödländer angucken. Und das wird sein... Nummer 2 ist der Thief. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Ödländer. So. Der Thief. Der hat allerdings schon Stärke, das heißt, er wird reinkommen. Ich werde auch nicht meine Ressourcen vernachlässigen. Nein, ich lerne von Zero. So. Ach so, abgesehen davon. Es kommen immer mehr Leute. Immer mehr Leute. Ganz schlimm. Ich kann eine Lunchbox öffnen. Juhu. Ich könnte auch einen Tempomodus noch machen. Das machen wir auch gleich noch, später. Wenn ich hier, ne? So, damit du nicht meine Sachen verbrauchst, werden wir ihn rausschicken. Bei mir ist es zum Glück nicht so schlimm, wenn sie, ähm, nicht lebend wiederkommen, weil ich spiele weder im Überlebensmodus noch werde ich euch dann rauswerfen. So, Lunchbox. Ein Wecker. Cool. Ähm. Ach so. Grundkorken. Und. Oh, wow. Eine Söldner-Ausrüstung. Nice. Nice, nice. Wir haben Wasser. Cool. Und. Das ist ja geil. Nice. Ey, wirklich so ein Glück. Sehr geil. Eine Minigun. Kann ich ihm die jetzt eigentlich noch geben? Komm mal her, Thief. Du bist der Erste. Aber nein. Kann dich leider nicht ausrüsten. Es tut mir leid. Aber gut. Ja, ich hab einen Bewohner ins Ödland geschönt. Ja, cool. Was? Cool. Was? Matratzenstopfer. Interessante Erfolge auf jeden Fall. Ich find das nämlich cool. Ich, äh, habe mich extra dazu entschlossen, ähm, das werde ich mal erzählen in der Zeit, wie ich die nächsten reinhole in die Vault. Oh. Ja, das ist ja ein Nachteil. Ähm. Und zwar hab ich mir die Steam-Version besorgt. So, einmal löschen. Ich habe mir die Steam-Version besorgt, weil nämlich, ähm, ich das ganz cool finde, dass man Erfolge sammeln kann. Ich bin nämlich auch so ein kleiner Erfolgsjäger. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, Rex. Ähm, du kannst mir bitte nochmal sagen, ob du deinen Namen eigentlich großschreiben wolltest, weil der stand in den Kommentaren klein und ich lass ihn jetzt erstmal so. Dann bekommst du, muss ich erstmal gucken, wie das nochmal ging. Ups. Ähm, ich würde sagen, du kannst auf jeden Fall, hä? Achso. Muss ihn ja erst in die Vault holen. Nein. Und ich brauche eine Baracke. Cool. Also eigentlich nicht cool, aber cool. Dann würde ich sagen, bauen wir. Also ich muss ehrlich, also ich kann mich immer noch nicht so richtig zurechtfinden mit den Sachen, die hier so sind. Wie wäre es, wenn man auf den Hammer klickt? Yay, Reggie. Schon, ähm, erste Folge und gleich verkackt. Hm. So. Natürlich, Rex darf in die Vault. Wir müssen doch Sachen besorgen. So. Der Nächste. Donald. Donald Chandler. Ähm. Du hast viel A, ne? Warum bist du denn jetzt in der Vault? Ach, verdammt. Du hast... Nee, gar nicht viel A. Okay, Donald hat sich vorgedrängelt. Der bekommt jetzt also zuerst seinen, also als nächstes seinen Namen. So. Herzlichen Glückwunsch, äh, Tim. Jetzt ist natürlich die Frage, wie willst du genannt werden? Tim Z... Oder Tim zum Beispiel. Oder Tim ZB. Ähm. Das darfst du mir auch gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Du bist ein Ödländer. Und ich habe beschlossen, du kriegst jetzt die Söldnerrüstung. So. Cool. Und darfst natürlich ins Ödland gehen und erkunden. Tschüss. Viel Spaß dabei. So. Eigentlich wollte ich nämlich Rex in die Vault holen. Und wollte ihm gerne die Waffe geben. Damit er nämlich auch bei seinen Erkundungen, ähm... Ja. Dementsprechend gut ausgerüstet ist. Beziehungsweise möglichst gut ausgerüstet ist. So. Du hast deine Waffe und du darfst jetzt laufen. Tschüss. Dann würde ich sagen, ich mache mich an die Bewohner ran. Und zwar... Also jetzt nicht so gut. Das hört sich irgendwie ein bisschen falsch an, oder? Okay. Ähm, wie gesagt. Dann haben wir hier Stephen Simpsons. Und du wirst sein... Cool. Die Nummer 10. Der Herberg. So. Du wirst Herberg heißen. Herzlich willkommen als Bewohnerherberg. Hat auf jeden Fall sehr viel Stärke. Äh... Vielleicht war das nicht so gut, dass ich ihn hier reingeholt habe. Egal. Muss er mit leben. Muss ja mit klarkommen. Muss ich auch mit leben. Äh... Dann... Nächster Raum. Eine Dame. Wir haben so viele Frauen auf einmal. Nicht schlecht. Die Route. Nächster Bewohner wird sein... Äh... Nächster 1, 3, 2. Herzliche Willkommen an dich. In der Vault. Äh... Übrigens alle, die ich jetzt hier in die Vault reinhole, die lösche ich aus meiner Liste. Das heißt also, dass es sich immer noch lohnt, sich eigentlich dafür zu bewerben. Weil, äh... Ich weiß nicht. Ich denke, ich werde das relativ lange spielen. Das heißt, wir werden viele Bewohner haben. Also wirklich sehr viele. Das heißt, schreibt einfach weiterhin in die Kommentare, wollt ihr Bewohner sein? Wollt ihr Ödländer sein? Ich werde das regelmäßig durchgehen. Und werde euch dann dementsprechend hinzufügen. Ja. Ich denke, das, äh... Klingt gut. So. Die nächste im Bunde. Die nächste Bewohnerin wird sein... Ja. Herzlich Willkommen, Deadline. Ähm... Du hast mir in das, äh... In das letzte Video reingeschrieben, dass du gerne eine Katze haben möchtest als Haustier. Dir ist hoffentlich bewusst, dass wenn wir eine Katze haben, dass, ähm... Diese Katze Mr. Flauschig heißen wird. Ja, äh... Nachempfunden nach meiner Katze. Und, ähm... Du solltest dir überlegen, ob du diese Katze wirklich haben willst. Weil, ähm... Streicheln ist nicht. Nein. Also guck dir Siros Hand an. Streicheln ist geil. Geht gar nicht. Ach ja. So. Aber herzlich Willkommen, Deadline. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hätten wir noch zwei. Der Paul Hicks. Eigentlich eher so ein Charmbolzen. Nee, ein Charmbolzen. Ja, mal gucken, wer es sein wird. Nummer 6. Ehrengardist. Herzlichen Glückwunsch. Bei dir freue ich mich natürlich auch, dass du es geschafft hast. Ich wusste schon, warum ich dich, äh... Mitte zu den Bewohnern eintrage. Denn, ähm... Wenn ihr schreibt, dass es euch egal ist, werde ich euch in die Liste eintragen, die, ähm... Besonders wenig Leute hat, einfach, damit ich euch, ähm, ermögliche, halt... Nja... Einfach auch so ein bisschen so dieses, ähm... Dass ihr es halt auf jeden Fall... Also auf jeden Fall kann ich natürlich keinem garantieren, aber halt, dass ihr es eher schafft. Das ist so mein Anliegen dabei. Denn ich möchte natürlich auch, dass ihr euch freut. Und dass ihr Spaß dabei habt. Und ja, und überhaupt. Und so in den ganzen Sachen. Und deswegen, ähm... Herzlich Willkommen. Ja, und viel Spaß beim Gucken weiterhin. So. Und, ähm... Die letzte erste Mal Bewohnerin. So, das wird sein. Juicy. Warum habe ich dich jetzt auf einmal weggeklickt? Juicy, herzliche Willkommen in meiner Vault. Ich hoffe, ich werde euch, ähm... Ja, ich hoffe, ich werde euch gut... Wie sagt man das? Gut verteidigen, gut auf euch aufpassen. Ich hoffe, ihr werdet gute Dienste leisten. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir die nächsten beiden Bewohner... Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist, so viele Bewohner auf einmal in die Vault zu holen. Aber ich werde es einfach tun. Weil bis jetzt... Äh... Ja gut, okay. Der Strom... Der sieht schon nicht mehr so cool aus. Aber der Rest geht locker. Also Strom wird wohl das Erste sein, was ich erweitere. Weiß gar nicht mehr. Was brauche ich denn da eigentlich? Stärke? Ach, deswegen habe ich die da reingeholt. Weil Stärke und Strom und so. Das heißt... Nö, du bist dafür ungeeignet. Sie ist eigentlich noch eher so ein A-Typ, ne? Und du bist so ein E-Typ. So A-Typ und E-Typ. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, für was man E braucht. Was ist E? Helft mir einfach, dieses Spiel zu verstehen. Ich finde es cool, wie gesagt. Also es ist schon sehr interessant. Und dadurch, dass ich euch ja in diese Vault mit reinhole, ist es für mich natürlich auch ein bisschen einfacher, das Ganze einigermaßen angemessen zu gestalten. Weil ich kann ja über euch reden. Ja, ich kann über euch reden. Das ist voll cool. Und ich könnte natürlich auch, je nachdem wie viele Kommentare es sind, auch eure Kommentare in dieser Folge dann auswerten. Kann mich sozusagen live mit euch unterhalten. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, doch, das finde ich ziemlich cool. So, wie sieht es dann bei euch aus? Die Leute, die auf Erkundung sind. Ach Gott. Wir haben ja noch nicht mal annähernd irgendetwas gefunden. Das heißt, ich kenne Serus Trick mit der Zeitvorspulen. Den werde ich natürlich auch anwenden, weil ich es gut finde. Aber ich glaube, ich will die anderen beiden auch noch reinholen, ne? Ja, doch, weil nämlich die erkunden ja gerade erst. Es sind ja nur drei, die draußen sind. Komm, wir brauchen auf jeden Fall noch, wir brauchen noch viel mehr Ödländer. Wir brauchen noch sehr viel mehr Ödländer. Das heißt, ähm, Hannah Clark wird sein. So. Du wirst sein. Hassan 1155. Herzlich willkommen in der World, lieber Hassan. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, das heißt, ähm, du wirst in meine World kommen und wirst sofort ins Ödland wandern. So wie die anderen Ödländer natürlich auch. He he. So. Ich hoffe, du wirst gute Sachen finden. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. So, sehr gut. Erkunden. Yay. Und der letzte Ödländer wird sein... Arrow MC. Herzlich willkommen in meiner Vault 911. Ja. Damit, äh, stehen fürs Erste... Ja. Kaum entriegelt. Perfekt. Genau deswegen hole ich sie jetzt alle in die Vault. Damit stehen fürs Erste erst mal... Äh, fast. Fast. Dafür stehen erst mal so die ersten paar Bewohner fest. Aber Arrow, du wirst auf jeden Fall noch, äh, rausgehen. Moment. Hat er das nicht mitgenommen? Doch. Okay, gut. Er hat es als Nachnahme akzeptiert. Okay, ist in Ordnung. Dann heißt du im Spiel halt scheinbar, wenn ich dich irgendwo hinsetze, einfach nur noch Arrow. Ich kann es auch noch mal ändern, dass du zusammengeschrieben wirst, wie du willst. Aber eigentlich ist das okay. Nice. Ähm, endlich etwas frische Luft. Ja. Komm, so stickig ist die Vault auch wieder nicht. Ähm, welchen Raum habe ich jetzt eigentlich entriegelt? Da, ein Lagerraum. Ähm, eh. Ausdauer. Okay. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie irgendjemanden gesehen, der in den Lagerraum Leute reinmacht. Was bringt das? Was bringt das, wenn man in den Lagerraum Leute reinbringt? Weiß es nicht. Äh, wir werden sehen. Ähm. Ich brauche den Tempomodus. Wo will ich den am liebsten haben im Kraftwerk? Komm. Danny und Herberg. Ihr werdet den Tempomodus erfolgreich durchführen. Tempo. So, 32% ist nix. Passt schon. Yay. Ich habe eine Lunchbox. Ich habe eine Lunchbox. Cool. Das freut mich jetzt natürlich wahnsinnig. Ich bin immer so... Ich bin eigentlich immer mega gespannt. Oh, das ist geil. Wir kriegen ja sogar gleich noch eine. Ich hätte das Wasser nehmen sollen. Verdammt. Egal. Und das heißt... Spannung. Spannung. Lunchbox öffnen. Ey, wir haben schon drei Lunchboxen. Das gleiche am Anfang. Ist geil. 100 Kronen gucken. Ich dachte jetzt so, wow, was jetzt kommt, aber nein. Schrott. Schrott. Nahrung. Yay. Ein bisschen Wasser noch. 500 Kronen gucken. Yay. Wie geil ist das denn? Wir haben einen Hund. Wir haben einen Hund. Geil. Uh. Ich habe ein Haustier. Oh, cool. Ja, ich würde sagen, wir machen das mit den Haustieren aber ein wenig anders. Und zwar werdet ihr mir sagen, beziehungsweise einfach in die Kommentare reinschreiben, hier, ich will ein Haustier. Das Wichtige dabei, ich werde nur die Anfragen akzeptieren, wo ihr den Namen des Bewohners mit dazu schreibt, weil ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer zu welchem Zuschauer gehört. Manche sind ein bisschen unterschiedlich. Und, ähm, dann, dass ihr den Hund haben wollt. Und ich weiß nicht, ob wir ihn umbenennen können, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil Zero sich da irgendwie auch nur so halb sicher war. Ähm, wir werden dem Hund dann natürlich einen Namen geben. Und den dürft ihr dann auch noch mit reinschreiben, wenn ihr wollt. Ansonsten lasse ich den halt einfach so, wie er ist. Ja, also wie gesagt, schreibt euren Namen des Bewohners, schreibt... Ja, genau, schreibt euren Namen des Bewohners und ob ihr den Hund haben wollt. Und dann werde ich das Ganze in eine Liste zusammenfassen und dann per Zufall aussuchen, wer, ja, wer den bekommt. Ich werde jetzt nicht einfach, ähm, den Hund irgendwo zuweisen, weil ich würde das unfair finden. Ja. Ja. Genau. Cool. Und wir haben gleich noch eine Lunchbox. Läuft richtig gut. So. Ein Bewohner mit einem Outfit, dann bekommen wir bald noch eine. Krass. Ja, das geht voll gut. Weiß nicht, hattet ihr auch so ein Glück? Ich meine, ich weiß ja, dass viele von euch selber Fallout Shelter spielen. Habt ihr auch so ein Glück bei diesem Spiel? Ich finde das cool. Och, wie süß. Ein Filmfan-Outfit. Ja, das würde ich heiß heiß. Ich habe eigentlich gerade meine vierte Lunchbox freigeschaltet. Weil es hat P und P werde ich auf jeden Fall brauchen für den Bewohner. Kronkorken. Yay. Ja, der Schrott. Nahrung. Blöde Lunchbox. So. Jetzt habe ich es dir aber gegeben. Jetzt hatte ich aber auch so viel Glück. Eigentlich war es fast klar, dass das passiert. Ähm, da war Stärke. Das war P, ne? Ja, perfekt. So, du hast so viel. Ach, du hast sowieso ganz viel P. Das heißt, du bekommst die Rüstung Versal 132. Viel Spaß mit deiner Rüstung. Das heißt Lunchbox, 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 Lunchbox. Uhu. Äh, 50 Nahrung, 100 Wasser. Verkaufe eine Waffe oder Outfit. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir das tun. Und wir gucken uns die fünfte Lunchbox. Nice. Auf jeden Fall echt nice. Militärbekleidung. Yay. Mega cool. Die werde ich aufheben für einen der Ödländer. Es sei denn, ihr findet selber was. Mal sehen. Schrott. Juhu. Wasser. Kronkorken. Hm. Na gut. Also die ersten waren besser. Da. Ist das süß. Also ich muss ja mal gestehen. Versal 132. Du bist echt hübsch. Ach ja. Das ist schon cool. Ähm. So. Dann werde ich allerdings auch mal ein wenig, ähm, was von dem Schrott hier verkaufen. Du 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 du. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Schrott eigentlich machen kann. Ich hab keine Ahnung. Der Hund heißt übrigens Max. Schäferhund Max. Ich find den voll süß. Yay. Voll cool. So. Was machen denn meine Ödländer? Denen geht es total gut. Das heißt. Ich werde einmal die Zeit vorspulen. Hm. Ich werde mal so eine Stunde probieren. Wir machen mal eine Stunde. So. Eine Stunde vorgespult. Meine Wort lebt noch. Oh. Ein neuer Bewohner. Max Sanders. Ähm. Dich lassen wir aber erstmal noch stehen. Ich würde sagen, den lasse ich jetzt noch stehen, bis ein Zweiter sich dazu gesellt. Und dann. Wobei, ich könnte noch einen für die Tür gebrauchen, ne? Äh. Okay, nein. Ähm. 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 Das manchmal ziemlich blöd ist, wenn auf einmal die Raider kommen und man denkt so, nein. Da hat man schon ein bisschen Angst manchmal. Ähm. Ähm. Ja, meine Ödländer sind auf jeden Fall echt gut. Nice. Not bad. Not bad. Not bad. Also, sie haben auf jeden Fall ordentlich Sachen gefunden. Das ist krass. Okay. Ich bin, ich bin ehrlich beeindruckt. Leute, ihr seid echt gut. Ihr seid echt gut. Aber, dann werde ich noch eine Stunde vorspulen. So. Eine Stunde später in der Vault 911. Haben sie es überlebt, die Uedländer, oder haben sie es denn nicht überlebt? Wir werden sehen. Trommelwirbel und... Oh. Nein, haben sie nicht. Sorry, Leute. Ja, natürlich werdet ihr wiederbelebt. Und, ähm, das Coole an der Wiederbelebung, eigentlich könnt ihr jetzt weiterlaufen. Das ist voll schlimm. Ja, aber ihr seht schon, ihr habt auf jeden Fall coole Sachen mitgebracht. Ach, herrlich. Ich sollte sie nicht so lange laufen lassen, glaube ich, oder? Upsi. Ich meine, ich habe ja genug Geld dafür, zum Wiederbeleben und so. Tut mir leid. Aber, wie gesagt, ich lösche euch ja nicht von daher. Ey, du hast ja eine geile Rüstung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Ja, ihr lauft alle fleißig, ne? Also, abgesehen davon, dass so ein paar gestorben sind, läuft der Rest noch. Oh. Red Kakerlaken. Ja, schön für euch. Komm, haut sie um, haut sie um. Rechts, links, rechts, links. Ach, komm schon, einfach draufhauen. Draufhauen. Kann das sein, dass die Red Kakerlake gerade gestorben ist, ohne dass irgendjemand was gemacht hat? Okay. Okay. Ähm, ja. Aber, meine lieben Leute, ich würde sagen, wir werden uns nächste Woche angucken, ähm, was aus den anderen geworden ist. Ähm, ja. Ja, doch, es ist jetzt langsam Zeit. Ich hab jetzt genug, was ich rausschneiden kann und das alles so zusammenfügen, dass es nachher, ähm, flüssig läuft, dass es gut aussieht und so weiter und so sofort. Wie gesagt, bewerbt euch weiterhin für die Vault, schreibt mir, ob ihr Ödländer sein wollt, ob ihr Bewohner sein wollt und natürlich den Namen dazu. Ähm, ich habe es jetzt zwar bei einem, habe ich zwar nochmal nachgefragt, bei einem Zuschauer, was er gerne sein möchte, aber, Leute, wenn ihr, ähm, euch nur den Namen hinschreibt, muss ich davon ausgehen, dass ihr dieses Video nicht ordentlich geguckt habt, mir nicht ordentlich zugehört habt, da ich sowas überhaupt nicht mag eigentlich, ähm, werde ich das einfach überlesen und denken so, ich weiß nicht, was du willst und einen auf doof tun. So. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Rest Sonntag. Es ist ja immerhin schon ziemlich spät. Und wünsche euch einen schönen Tag, äh, schönen Start in die neue Woche. Ja. Bye, bye.